Darf ich hier rein? Ja, okay, ich schleiche mich mal einfach mal durch. Hallo, ciao. So, okay, dann gehen wir mal hier rein und gucken mal, wo wir den Job hier starten können. Substanzen. Oh, da sollte man natürlich am besten einen Schutzanzug holen, so wie der Kollege hier. Weil ich bin da nicht so gut ausgerüstet. Schaut mal, der hat einen guten Anzug. Und ich bin ganz normal angezogen. Ich glaube, das ist keine gute Idee, damit erstmal den Job zu starten.